hallo und herzlich willkommen zurück zu ich hoffe wir haben jetzt sind jetzt alle los die taschenlampe leuchtet nicht es sind nur drei es fehlt noch wer der nämlich ja das ist dann anscheinend der richtige weg aber moni das krieg ich nur lebenserhaltende maßnahmen das kriege ich nicht das ist die tür von eben nein so gar nicht wir kommen sind darauf als richtung ich reg mich nicht auf ich hab jetzt 68 schuss ich höre euch wir hören euch ihr kleinen aschgeigen da leben noch welche ich höre noch einen ich bleibe hier und bewache das gebiet natürlich natürlich du bleibst hier und bitten wach das gebiet ganz schlau du folgst mir doch das ist aber nett ich gehe aber sicher und zerstört die leichen moni ich sag's ja nicht gerne aber du bist ein verdammt schlechter verfassung danke sehr nett dann heile ich doch mal ich will sie zwar nicht so sagen aber du bist ein ganz schlechter verfassung das ist aber schlecht aus wo bist du ich höre dich ich wusste es hat noch einen erwischt ha 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 gesagt ich werde froh sein wenn ich das hier an einem stück was ist schon drin kann wenn man nur noch zwei punkte leben hat ich werde sicher jetzt beschützen was ist das dass ich anders würde versuchen an tentografie mir zu mir zu reden aber ich in der tiefen ist nicht in der hohen stimme sondern der tiefen stimme ein kollege wissenschaftler ich kann noch ein uhr die sache ja genau das ist das perioden system wo denn das sollte ja der lag im kinder schreibtisch ja also meine firma schütze war das ja das ist das ist immer ein bisschen aber auch da rein aber ich glaube da kommen wir nicht rein wir sind jetzt erledigt wie es sich aussieht ja das perioden system versucht das mal zu lesen ich verstehe kein wort kannst du dich noch vorgehen er ist nicht so der kerl dafür er ist wahrscheinlich in security oh von allen richtungen da fehlt noch von drei einer fehlt noch da liegen drei da liegen zwei da liegen drei aber einer ist dann noch ich habe noch einen gehört ja komm wo bist du er kommt nicht so lange ich nicht gesehen hat wie ist das alles viel größer als ich dachte ja so ein wunder nicht ich bin gleich schon wieder tot ich bin gleich schon wieder tot mit drei zimmer vier noch ja ich sage jetzt security ich bin äh weste aber sagt äh uns aber er ist uns vorgehen was sind wir ein doktor nein was waren was du dann ich habe die drecksarbeit gemacht ich habe bei dem materie teil doch das sache reingeschoben ich bin kein offizieller doktor mein drecksdoktor bist du also ja aber weißt du im grunde was da abgeht ja da hinten muss noch einer sein und da vorne muss noch einer sein das ist die große frage Irgendwann muss sich das Blatt ja mal wenden. Da, 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 da! Nein! 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 Da ist noch einer! Ja, er steht in der Wand. Du willst mich doch verarschen, oder? Ja! Jetzt ist mein Freund auch Werder. Genau, jetzt wird dein Freund auch Werder da sein. Jetzt weiß ich ja, wo sie stehen. Ja, jetzt weiß ich ja, wo sie stehen. Vielleicht ist nur sowas wie Bomben jetzt Pat. Nein, leider nicht. Ich würde mich in einen kommen lassen, denn anders stehen in der Ecke. Da sind die Bomben und die Bomben. Oh, egal! Oh, egal! Ich versuche mit ihr zu kommunizieren. Ja. Muss ich dir gleich mal zeigen. Was soll ich dafür geben, den Typen in die Pfoten zu kriegen, der für das Schlamassel verantwortlich ist? Haha, damit bin ich auch mitverantwortlich. Hm, was würde ich dafür geben, den Typen zu erwischen, der für das ganze Schlamassel verantwortlich ist? Hm. Ja, du bist mitverantwortlich, aber nicht. Allein verantwortlich. Guck, guck! Sorry, Freund. Komm her! Tschuldigung! Fuck! Hast du ihn niedergeschossen? Ja! Fuck! Es tut mir leid. Das ist so typisch. Oh, fuck! Stell dir einen vor, der dich verteidigen soll? Nein, ich hab gesagt, der soll herkommen. Komm her! Ja! Ruhiga, ruhiga! Ja, genau. Ruhiga, ruhiga! Sieh! Hallo? Du hast eigentlich den Stromschlag abgekriegt, aber du hast überlebt. Ja, guck mal, wie viel ich noch habe. Oh! Das ist 2% weniger als eben. Was ist noch einer? Wollt ihr mich ver... ... verarschen? Ruhiga, ruhiga! Ja. Nur wo? Darüber wird es uns Spaß machen. Das ist eine Nacht. Ziege! 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 Das ist eine Ziege! Das ist eine Tänke! Danke schön! Jetzt wird einer sich attackieren! Ah, es geht jetzt so wieder nicht mal weiter. Ah! Oh, dieses Spiel! Du sagst, es macht Spaß! Lass uns mal die V lesen! Gut. Ja. E, G, irgendwas, weiß ich nicht. C. E, G, T, C, 2. Oh, Gott. Guck mal, er hat Titel verloren. Nein, ich habe die Tür weggeballert. Aha. Das war ich. Ich dachte, er hätte jetzt Notizen dabei. Jetzt, guck mal, wie wenig jetzt wer habe. Ich hatte gerade 51. Ich weiß. Da ist noch einer wollte mich verarschen. Huiga, huiga. Ja, huiga. 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 Jetzt musst du aufpassen, denn einer kommt ja gleich rein. Ja, ich höre ihn schon. Ui, 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 ui. So kriegt jemand, wenn du Heftzwecke auf dem Boden verteid. Ui, 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 ui. Huiga. Ja. Ha, 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 ha. Hast du weniger von da als eben. Aber du hast was von das verloren. Ja, und das ist leer. Bin zu home. Ja, schön für dich. Bin zu home. Oh, das ist aber schön. Möchtest du jetzt einen Kaffee oder was? Ach komm her, du Sau. Huida huida. Ja. Er wurde von der Lampe erschlagen. Ja anscheinend. Können wir uns nicht einfach hier hinsetzen? Ja genau. Ich hasse das. Was? Du gehst darauf. Ey. Er löffert es. Nicht um die Ecke. Ich bin doch das verschiedene Gewerbe. Einfach. Nein, das muss nach jedem Schuss nachladen. Ach so. Das ist ja scheiße. Ja. Speichern. Also das ist wieder so ein Spiel, was wichtig ist zu speichern. Ja. Ich hab halt keine Kugel mehr, aber egal. Ich hab aber noch jemanden. Ich hab Spaß mit dem. Hm. Dann noch ein hui, hui. Geht sehr gut. Was? Scheint nicht. Was? Oh. Oh. Das gespielt hat. Ach nee, da ist er wieder. Aber ganz kurz. Das Regelungssystem scheint komplett versagt zu haben. Aha. Ja. Ich hab nicht nur verpackt, er war kurz verschwunden. Das funktioniert nicht. Das ist ja auch ein wiederbewegung. Das sind EKG, die heißen. Somit man schockt. Ja. Das ist auch nicht mit sich reden. das lassen sie alle nicht jetzt gut ich bringe dich gleich um dein leiden beendet ich möchte sehen ob ich das fenster zerschlagen nee das kann ich nicht verschlagen nicht sicher ob ich wirklich nach oben will was ist wenn die welt rausfindet ich glaube ich bin verletzt aber ich kann weitergehen ja und tanzen kann auch noch das gruppe die geringer legen meine taschenlampe geht gleich leer ja muss auch von innen kann ich auch hattest du gerade nur von ihm was was ist mit diesem spiel los gott was gott was oh nein was kannst du es jetzt mal sein lassen ihr trennt heraus warum er ist noch einer ich weiß habe ich schon gespeichert habe ich schon gespeichert man habe ich zuerst gespeichert ich meine wo du getroffen hast wir sprechen am besten oft ruhiger da ist wieder einer irgendwo die erde planet erde und eine du sollst nicht schießen du wichser nein die erde hat nur ein mond kleinere kleine klein nein da ist nix es hätte ja sein können dass wir mehrere kleine noch haben aber hier gerät nein wir haben echt nirgendwo menschheit angreifen weißt du was er sagt er sagt das koreanische wort für schüler er sagt das koreanische wort für schüler ja haxen ja genau haxen komm her du zau um um abzeichen wir werden ein Mann das war falsch auch falsch macht das und ein schlasser ist verrutscht ich glaube da ist er ich habe auch los schießen da ist aber ich höre ihn aus der richtung das ist der tote ja ich habe messer schön für dich gut dass ich nicht mehr gegessen habe weißt du ich noch mal sprechen dann aufwählen kommt gott im himmel egal es fängt schon wieder an ja ich auch da ist keiner auch gleich zwei er wollte sich ein getränk holen folgst du mir vielleicht deswegen rufen sie wieder ruhiger wir haben nur durst wir können auch die folge ruhiger er ist tot ach du scheiße wir werden mal eben die folge hat mich sehr gefreut bis dahin auf wiedersehen ja ja